Jawoll! Woll! Ja! Jawoll! Jawoll! Woll! Woll! Wärst du heute noch? Woll! Oh nein! Woll! Das stimmt. Woll! 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 Was in Hamburg oder Westbüschel? Ja! Eine Halbzeit, ne? Bringst du mir eins mehr? Ich trinke dann auch. Ich habe das eine Video, ich weiß gar nicht wo es war. War das nicht in München? Die sind doch jetzt so aktiv in München wegen dieser Automobilaufstelle. Als ob ich das nicht glaube. Kennst du nicht so die Storys von Pille oder so oder was das war? Ja! Ja! Jetzt hat doch jemand vergessen, ihn aufzumachen. Moll! Moll! Nein, Pille! Komm mal! Pille! Ja! 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 Danke, bin der Basebring! Am Ende! Sie sind froh? Jetzt! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, alle! Alle, alle! Alle, alle! Komm! Ja! Feinig hoch! Ich bin weinig im Tor! Ja! 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 Das war aber auch sauglück, dass wir das heute so schnell wiedergefunden haben. Das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Das hat vor allen Dingen so kurzfristig da runtergefallen. Bisher macht auch einiges anders. Jetzt! Und da ist das 14 zu 2, ein riesengroßen Applaus für unser Geburtstagskind Emy Prüfer! Das stimmt, die war auch schon.